GAST UP SHARTI SAID I NEED BY 40 PULL UP TO THE PARTY Okay... Okay... I can... W-w-was geht hier so? Uh-huh, uh-huh I don't know Rizzle, what's up? What's up? Okay... Okay... Jetzt sind da ZWEI DINGS GLOCKEN DANG DANG Okay... The two bells Okay... Es ändert sich immer, hallo? Okay... Was geht hier? Boah, hier ist auch eine Tür Aber die ist zu W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w... Sollen wir mit Mundharmonika spielen oder ohne Chat? Wir haben schon lange nicht mehr mitgespielt. Ohne? Oh, ihr seid solche... Was ist jetzt? Ah, ich hätte zurückgehen müssen, oder? Ich hätte... Ah, ja, natürlich, weil da Blut war. Ich hätte zurückgehen müssen, dich Idiot. Natürlich, weil da was komisch war. Dann ist es wirklich so ein Anomaliespiel. Ja, okay. Okay, das ist so ein Anomaliespiel-Chat. Okay, dann hier wieder, The Bell. Jetzt sind wir bei 1. Glocke. Wann hörst du auf Chat? Hast recht. Irgendwo kommen hier Geräusche. War das von hier? War von hier irgendwo? Ich glaube, es passt. Wie soll man da einen Überblick haben? Ja, gute Frage. Okay. Okay. The two bells. Okay, okay. Oh, ich habe den noch nie laufen sehen. Wo geht der? Da steht was. Da steht was. Da steht auch was. In dem Bild. You made me do it. Zählt das als Anomalie-Chat? Denkt ihr, das zählt als Anomalie? Wird ja sagen. Ja, dann gehen wir zurück. Fuck it. Da steht auch was. The bell. Hier steht Anna auch. You made me do it. Und hier auch. Auf dem Bild. Dann gehen wir zurück. Boah, stark. Okay, okay. Stark. The three bells. Okay, wir schauen uns mal den Cousin an. Der sieht normal aus. Oh, was holst du raus? Ah, okay. Ich dachte, der holt eine Waffe raus. Hier ist eine Glocke. Vielleicht war die davor auch schon da. Ich habe keine Ahnung. Ist das schon offen? Hä, er guckt gruselig. Voll große Augen. Geh zurück. Hä, wie? Hä? Der sieht doch ganz normal aus. Der sieht doch so aus wie immer. Oder meint ihr, die Glocke war nicht da? Doch, ich glaube schon, dass die Glocke da war. Nein, die war da, Chat. Ich sage, die war da. Ich laufe richtig. Ich sage, es war richtig. Da war was. Ah, das Regen. Ich sage, es war richtig. Es war falsch, fuck. Ja, an dem Bild seht ihr, da bildet sich so ein Gesicht. War die Glocke jetzt da oder nicht? Wir schauen mal. Doch, aber die Glocke war da. Schaut. Irgendwas anderes war falsch, was wir nicht gesehen haben. Irgendwas anderes. Ich sage einfach, es ist richtig jetzt. Wir gambeln. Irgendwas anderes war falsch, aber ich weiß nicht was. Achte mehr auf die Bilder und so. Ja, ja. Oh. Bin nicht im Spiel gerade. Dann maus. Okay, Broski sieht normal aus. Holt wieder einen Lappen raus. Okay, die Glocke ist auch da. Ich finde dich so lustig. Dankeschön. Wir müssen uns auch mal das Bild merken. Irgendwie war das vorne orange. Bin ich mir sehr sicher, dass das Bild vorne orange war, Chad. Kannst du hinter die Bar gehen? Nee, nee. Kann ich nicht. Okay, fühlt sich richtig an. Wir gehen weiter. Gem, du Eri muss auf. Aber warum bin ich jetzt ein Eri? Ist doch falsch. Okay, wir müssen noch mehr aufpassen, was wir anschauen. Okay, Broski sieht gut aus, ne? Tuch rausholen. Super. Okay, was kann aber alles falsch sein, Bruder? Okay, sieht gut aus. Wie geht's der Frau? Oh. Wo weint die? Hat die davor auch geweint? Aber jetzt macht die auch nichts außer rumstehen gerade. Hau rein, Eliona. Ich sag trotzdem richtig. Ich denke mal, die hat vorne auch geweint. Warte, weint die jetzt nochmal, wenn die hier hingeht? Ah, nee. Ich glaub, falsch. Ehrlich, wenn die weint. Die Lampen waren an, ja? Ah, hier sind nicht alle Lampen auch an. Ich geh zurück. Ich glaub, es war falsch. Nein, war richtig. Okay. Okay, okay. Wir sind gut dabei. Wie geht's mit dem Broski hier? Broski macht sauber. Das ist schön, Abibi. Irgendwer macht... Irgendwer atmet hier so. Habt ihr das gehört? Irgendwer hat gerade so... gemacht. Ernst. Ich schau kurz, ob die nochmal weint. Habt ihr das aber auch gehört? Ja, ja, ja. Ich glaub, weinen ist... Ich glaub, die weint immer. Ich glaub, die weint original immer. Was ist denn mit dem? Ich glaub, die weint original immer. Wegen diesem Sound denke ich falsch. Ja, ich denke auch. Ich geh lieber raus. Ich sag falsch. Scheiße, ich glaub, es war falsch. Ja. Ich hätte richtig gehen müssen. Oho, Rian. Scheiße, das ist schon schwer. Wir rushen jetzt. Hä? Hä? Oh, wo ist die Kie? Bruder. Ist das immer, wenn man die Glocke anschaut? Na, Krim, Digga. Was geht denn jetzt? Okay. We in, we in. Habibi, wie geht's dir? Okay, unser Habibi geht's gut. Er macht weiter sein Ding. Okay, sieht gut aus soweit, Chat. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh, äh. Ja, Mist, das mach ich gleich. Sind die Stühle immer oben? Ja. Oh, nee, oder? Chat, waren die Stühle schon immer oben? Nein, oder? Ich glaub auch nicht. Waren die Stühle hier auch oben? Ah ja. Hä, nein, dann ist es falsch. Stark, wer hat das gesagt? Okay, jetzt kennen wir schon mal ein paar Sachen, auf die wir achten können. Auf Bilder, auf Stühle. Bestimmt auch diese Karten, die hier liegen. Auf unserem Bratte hier. Frag mich, was mit dieser Glocke aussieht. So weit, so gut. Ich glaube, da warst du nicht da. Da hab ich Cem erzählt. Achso. Ja, der ja. Okay, die sieht auch normal aus. Ich finde, alles sieht normal aus hier. Ich glaube, ich zieh durch. Ich sag richtig. Ja, war richtig. Stark, stark, stark. Okay. Okay, wir sind gut dabei, Chat. Wir sind gut dabei. Unser Bratte sieht auch normal aus. Was geht hier? Okay. Hier sieht meines Erachtens nach auch alles normal aus. Sag ich euch so, wie es ist. Ah. 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 Nein, nein. Der war immer da. Bruder, die Tür war offen da hinten. Die war noch nie offen. Wow. Okay. Wir sind bei vier. Stark. Wir sind bei vier. Okay. Unser Bruder normal. Die Tür normal. Ich hab das Gefühl, ich hier fehlt eine Karte. Es geht hier, ist sie zu. Hier scheint alles normal zu sein. Das ist schon immer da. Sieht alles normal aus, oder? Chat. Sieht alles normal aus. Ich find auch. Oh, war richtig. Ja. Boah, stark. Okay. Ich hab mich fast eingekackt gerade. Na, wir haben gerade einen guten Run. Unser Bruder macht sauber auf, entspannt. Was geht's hier? Sie weint hier immer. Was geht's hier? Sie weint hier immer. Okay. Sieht. So weit normal aus. Ich sag euch ehrlich. Ich würde weiter gehen. Ich gehe weiter. Nicht unsicher sein. Einfach durchziehen. War richtig? War richtig? Okay. So, die Bilder sehen normal aus. Unser Bras sieht auch normal aus. Die Stühle sind normal. Mir geht's super. Der echte. Wie geht's dir? Okay. Sieht gut aus. Schon wieder. Sieht schon wieder gut aus. Ich finde, er sieht sehr gut aus. Raid? Wer Raid? Oh, Berko Abi. Berko, Berko. Danke für deinen Raid, Berko. Kuss dein Herz. Kuss, 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 kuss. Willkommen an alle Leute. Danke für die Follows. Danke, 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 danke. Kuss, kuss, kuss. Das ist an jeden. Berko Gang auf die Eins, Junge. War hier schon immer so'n Strich? Wir gehen weiter. Ich finde, er ist richtig. Es war falsch. Bruder hat 24er gemacht, weil ich Minecraft Hardcore gemacht habe. Fast geheult. Stark, Berko. Scheiße, wir haben reingekackt. Es war falsch. Berko hat gerade Minecraft Hardcore durchgespielt. Löwe. Ich habe es nicht geschafft, Berko. Löwe. Ja, okay. Jetzt müssen wir rushen. Jetzt rushen wir. Wir haben nichts zu verlieren. Jetzt müssen wir rushen. Sieht richtig aus. Wir ziehen durch. Viel Spaß, euch. Küsst dein Herz, Berko. Danke, danke, danke. Es war falsch. Berko hat 13 Kinder gemacht. What the fuck? Kann jemand das Spiel erklären? Das ist so... Das ist immer derselbe Gang. Und du musst entweder vorwärts oder rückwärts laufen. Wenn was falsch ist, dann musst du rückwärts laufen. Wenn alles gleich ist, dann musst du vorwärts laufen. Zum Beispiel jetzt denke ich, dass alles gleich ist. Und ich laufe vorwärts. So. Und dann erkennst du an der Glocke. Hier ist jetzt eine Glocke. Wenn da immer mehr Glocken kommen, ist alles richtig. Wenn es falsch ist, dann verliere ich alle Glocken. Aber ich frage mich, was eben falsch war. Ich verstehe es nicht so ganz. Unser Bruder ist normal. Anomalie-Game. Ja, ja, ja. Was geht es um den Bach? Hier ist auch alles normal. Was kann denn vorn falsch gewesen sein? Ja. Das würde ich echt gerne wissen. Was passiert, wenn du weiterläufst? Aber es ist falsch. Dann verliere ich alle meine Glocken. Dann muss ich von vorne anfangen. Schau jetzt. Jetzt habe ich zwei Glocken. Siehst du? Ich habe so Bock auf die Beta. Ja, man. Es ist bald soweit, ne? Bruder, was war das für ein Ding lang gerade. Was ist denn süßer? Ich fand jetzt nicht, dass er so süß war. Okay. Aha. Oh Gott. Okay, okay. Falsch, 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 falsch. Oh mein Gott, Digga. Okay, okay. Wir gehen, wir gehen. Ich finde, Black Ops 6 sieht richtig kacke aus. Ich stimme dir zu. Ich finde, Black Ops 6 Zombies sieht auch bisher maximal scheiße aus. Aber vielleicht wird es gut. Okay, jetzt sind wir schon bei drei Glocken. Stühle sind normal. Bruder putzt ganz normal sein Ding. Hier sieht auch alles normal aus. Der Pooltisch war am Anfang falsch. Welcher Pooltisch? Hier, meinst du? Hä? Was meinst du? Der Typ andere Bart? Nein, der hat doch immer so Schnäuzer, oder nicht? Sieht gut aus. Meines Erachtens nach. Ich sage richtig. Der Tisch mit den Bällen. Was ist denn damit? Da ist doch richtig rum. Der Pooltisch. Ja, der passt doch. Hä? Oder gibt es noch einen Pooltisch? Es gibt doch nur einen. Ich finde alles richtig. Ich sage, wir gehen weiter. Ich sage, wir gehen weiter. War richtig? War richtig? Okay. So, jetzt sind wir schon bei vier Glocken. Okay, hier sieht auch alles meines Erachtens nach normal aus. Unser Bruder ist wieder am sauber machen, nehme ich an. Mal kurz ein Glas Wasser. Achso, beim ersten meinst du? Okay. Ich frage mich, was hier passiert, wenn hier was ist. Aber hier ist ja bisher noch nichts gewesen. Da, schaut jetzt. Das Bild ist orange. Seht ihr das? Das war, das war einmal nur so. Und ich glaube, das ist dann falsch. Weil normalerweise ist es nicht orange. Schaut hier auch. Ah, es ist bei allen Bildern dann, dass da was oranges ist. Ah, ja. Die gehen zurück, die gehen zurück. Ja, war richtig. Stark. Wir sind bei fünf. Ich habe das Video mit deinen Arschern gesehen. Stark. Wie wahr? Hallo. Der Herr. Okay, so weit, so gut. Mir fällt bisher nix auf. Okay, ich glaube, das ist falsch. Oh mein Gott. Okay, wir sind bei sechs. Hey, weshalb hat der nicht geputzt? Oder hat der ja schon geputzt? Okay, jetzt putzt er. Hier sieht auch alles. Bisher. Okay, aus. Ah, sieht mir richtig aus, Chad. Ich finde, es sieht richtig aus. Ist sie am Wein? Ja, ja. Ich finde, es sieht richtig aus. Ich würde richtig sagen, das ist falsch. Ja, krass und boah, weißt du das? Meiner Meinung nach sieht das richtig aus. Sollen wir weiter oder sagt sie zurück? Ich sage weiter eigentlich. Das Schild oben. Geh weiter. Nein, ich gehe weiter. Ich sage richtig. Ich sage richtig. Es war richtig. Okay, stark. Okay, es war richtig. Okay, okay. Unser Bruder. Schön am Putzen. Ich habe Angst, dass mich irgendwas jumpt oder so, ja. Ich habe Angst vor dieser Tür hier. Ich sage euch ehrlich. Ich habe behindert Angst vor dieser Tür. Okay, mein erster Eindruck sagt gut. Mein erster Eindruck sagt keine Gefahr. War dieser Stuhl immer grün? Ach, keine Ahnung. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Hallo? Wo bin ich? 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 Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Komm. 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 Bruder, ich halb. Oh, mein Seele gerade. Bruder. Meine Seele. Meine Seele gerade. Warum bist du so neugierig, mein Herz? Bruder, ich wollte sehen, was da war. Oh Gott. Okay. Okay, Bruder, putzen. Okay. Oben bei den Brüdern steht etwas, ja, the eight belts, wir sind jetzt schon bei acht. Ich glaube, der hat links nicht geputzt, nein, 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 schau, der macht doch. Irgendwas macht hinter mir Geräusche, das sieht richtig aus, finde ich. Ich habe das Gefühl, hier läuft irgendwas, hinter mir oder so. Ich sage, es ist richtig. Ich sage, es ist richtig. Der Nebel, war dieser Nebel schon immer da? Doch, oder? Welche Wallpip? Ich sage, der meint meinen Hintergrund, Nora. Ich sage, der Nebel war schon immer da. Natürlich. Niemals war Nebel da. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Ich sage, Nebel war immer da. 100% ja. Ich sage, es war immer da. Doch, ich finde schon. Boah, ich bin mir gerade auch nicht sicher, aber ich denke, es war immer da. Ich sage, doch. Ich sage, doch. Ich gehe rein. Ich gehe rein, Chat. Ich sage, es ist richtig. Ich sage, es ist richtig. Jam, du kannst schon Bio 6 Beta zocken, wenn du die Key kaufst. Ich habe doch schon. Kann man jetzt schon zocken? Ich sage, es ist richtig. Ich sage, es ist richtig. Es war falsch. War der Nebel nicht da? Zeig mal her. Doch. Irgendwas anderes war falsch. Irgendwas anderes war falsch. Aber es war nicht der Nebel. Der Nebel ist immer da. Aber was war denn sonst falsch? Wir rushen. Wir rushen. Bilder nochmal. Bruder putz normal. Stühle normal. Tür normal. Decke normal. Hier normal. Wann ist der denn hier drüben? Okay. Ist falsch. Tapete war anders. Ah. Meinst du? Meinst du die Tapete war anders? Tapete ist normalerweise rot. Okay. Merken wir uns. Okay. Bro ist hier normal wieder am putzen. Hier sieht alles normal aus. Hier sieht normal aus. Diese Tür hier ist normal. Schauen, schauen. Bilder normal. Hier die Frau ist normal. Stühle normal. Alles normal. Jam normal. Spiele normal. Gang. Nicht normal. Da ist eine fliegende Glocke. Aber ich muss da lang. Oh Gott. Ich glaube wenn ich die Glocke brühe macht es Geräusche. Alles gut. Oh Gott. Ich glaube wenn ich die Glocke brühe kommt die auf mich zu gerannt. Oh Gott. Wow ICH meine ich dachte jumped mich jetzt. Oh Gott. 防 den Naja gelegt es jangt mich jetzt. Wow ICH威te 1500아hour ich dachte jangt mich. Tja. Oh Gott. Bei mir reicht es dir ja hier. Die Tür nochmal Okay, wir müssen uns merken, Chad Die Wallpaper von dem Raum ist rot Von dem anderen Raum ist die grün War der Billardtisch schon immer gelb? Hatte der Billardtisch schon immer die Farbe? Nein, oder? Das ist grün Ja, das sieht so gelblich aus, finde ich Also, es ist nicht grün, aber es sieht gelblich aus War das schon immer so? Huh? Bist du farbenblind? Ich sag richtig Ja, es war richtig Okay, hier rot alles Hier sieht auch alles normal aus Stühle normal Bra normal Gem normal Alles normal Oh Oh Was ist das? Hey Ich wurde eingesperrt Ich gehe Der Stuhl verarscht mich Er verfolgt mich Der Stuhl verfolgt mich Okay, wir sind bei 5 Okay, wir sind bei 5 Stühle normal Bilder normal Brand normal Du bist so neugierig, ich wollte wissen, was da ist Weinst du? Weinst du? Ich höre irgendwas wieder Oh Gott, schnell weg hier Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier Hier ist Blut auf dem Boden Oh Gott, hier ist Blut auf dem Boden Schnell weg hier Oh Gott, oh Gott, ich darf nicht reinlaufen Oh mein Gott, da sind Köpfe auf dem Boden Hör mich raus hier Hör mich raus hier Hör mich sofort raus hier Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Okay Wir sind bei 6 Wir sind bei 6, Chat, bei 6 Bruder normal, ich normal, Glocke normal Stühle normal Wandfarbe normal Okay, dieser Billardtisch hat echt immer diese Farbe Frau normal Alles normal Bitte choke das nicht, ich gebe mein Bestes Sieht richtig aus Meiner Meinung nach Ich sage es richtig Ich sage es richtig Es war richtig Viel stark Okay, wir sind bei 7 Stühle normal, Brann normal Du bist doch normal, oder? Glocke normal Hier auch nochmal Hier sieht auch nochmal aus Schau mal her, was machst du? Weinst du? Ja, super Aha Falsch, das ist sonst nie da Da ist Kartenspiel Warum bist du so aggressiv? Hey Hey, hey, hey Okay, weiter so Brodski macht sauber, oder? Hol mal deinen Lappen raus Okay, super Was macht die Frau? Wieso drehst du dich immer? Ich drehe mich immer nach rechts Weil meine Maus sonst auf meinen linken Bildschirm geht Check dir Deswegen drehe ich mich immer nach rechts Wenn meine Maus nach rechts geht Steht ihr? Deswegen drehe ich mich manchmal nach rechts Ah, sieht richtig aus bisher Warte mal Ah, nein, ich ziehe mal in die Boah, hab ich mich erschrocken, Digga Du kleiner Pitch Okay Wir sind bei neun Mal Bibi anputzen Oh, oh, ich hab ein ungutes Gefühl Die weint wieder, oder? Guck mal, ja, und weint Okay, die weint Ich sag, bisher sieht's richtig aus Warte Guck mal kurz, ob was im Gang ist Ich sag richtig Ich sag richtig Ernst, ich sag richtig Der Raum ist auch grün Der Raum ist rot Brau macht sauber Die Bilder hängen alle gescheit Die Stühle sind gescheit Sieht gut aus für mich Ich sag richtig Ich sag richtig Die Billardkugeln alle richtig Ich sag's richtig Mein Gefühl täuscht mich nie Es war richtig Oh, da kommt noch irgendwas Warum ist die Tür hinter mir zugegangen? Sir, können Sie mir helfen? Hey, die Frau kommt raus Hey, die Frau kommt raus Ich kann nicht hinterher Er hat die geschlagen Stark Aber ich glaube, er kommt nicht wieder raus Ich glaube nicht Gehe ich weiter jetzt? Aha, es geht nach oben Eine Glocke Ah Scheiß auf die Hey, wie seid ihr? Gleich Jumpscare? Ich glaube nicht Wieso sollten die jetzt einen Jumpscare einbauen? Schau mal, die arme Frau Die ist tot Deswegen Die ist doch tot, oder? Bin ich Schätan, oder was? Töbel Die hat ja auch Riesow gedreht Töbel 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 Töbel